Borussia Dortmund trennt sich von Trainer Marco Rose. Was eigentlich schon nach der Pleite gegen St. Pauli erwartbar war und nach dem Europa League aus gegen die Rangers fast schon überfällig war, passiert jetzt nach der Saison dann doch irgendwie überraschend. In der offiziellen Club-Mitteilung steht, Borussia Dortmund und Trainer Marco Rose beenden ihre Zusammenarbeit. Dies ist das Ergebnis einer intensiven Saisonanalyse am Donnerstag, an der neben Marco Rose auch Hans-Joachim Watzke, Michael Zorc, Sebastian Kehl und Matthias Sammer teilgenommen haben. Watzke äußerte sich wie folgt dazu, dieser Tag ist kein einfacher für uns alle, denn die gegenseitige Wertschätzung untereinander war, ist und bleibt groß. Nach einer Saison, die aus unterschiedlichen Gründen unbefriedigend war, mussten wir feststellen, dass wir in vielen Teilbereichen nicht das Maximum aus unseren Möglichkeiten herausgeholt haben. Und natürlich hat sich auch Rose selbst zu Wort gemeldet, trotz einer schwierigen Saison mit vielen Unwägbarkeiten war ich von unserem Weg überzeugt. Während unseres Gesprächs ist in mir der Eindruck gereift, dass die hundertprozentige Überzeugung aller Verantwortlichen nicht mehr vorhanden ist. Letztlich haben wir uns deshalb gemeinsam entschieden, die Zusammenarbeit zu beenden. Auf der einen Seite bin ich ehrlich gesagt doch ein wenig überrascht, weil man wirklich so lange am Trainer festgehalten hat, aber auf der anderen Seite ist es meiner Meinung nach absolut nachvollziehbar. Der BVB gibt verdammt viel Geld aus für einen Kaderumbruch und verpflichtet dafür eigentlich schon echt verdammt geile Spieler. Da ist es natürlich auch nur allzu verständlich, dass man dieses Projekt in den besten Händen wissen möchte. Und wenn das Verhältnis zu Rose vorbelastet ist, hilft es wahrscheinlich auch niemanden, mit ihm auf Zwang in die neue Saison zu gehen. Favorit auf eine Nachfolge ist natürlich Edin Terzic. Ich würde mich ehrlich gesagt wundern, wenn es ein anderer wird. Er hat dem BVB in der Saison vor Rose zu neuem Leben verholfen und den DFB-Pokal gewonnen. Er kennt und versteht den Verein, wird von den Spielern geschätzt. Von daher gehe ich davon aus, dass wir in Kürze auch schon mehr dazu erfahren. So, jetzt aber natürlich die Frage an euch. Habt ihr noch mit einer Rose-Entlassung gerechnet? Wie steht ihr dazu und glaubt ihr, wer wird neuer Trainer, sollte es Terzic wieder erwartend doch nicht werden? Eure Meinung dazu, wie immer, ab in die Kommentare. Ansonsten würde ich mich sehr über einen Daumen nach oben freuen und solltet ihr neu hier sein und es noch nicht getan haben, vergesst auch nicht den Kanal zu abonnieren, um in Zukunft keine weiteren Videos mehr zu verpassen. In dem Sinne, macht's besser und bis zum nächsten Mal.